Einen schönen guten Tag ihr Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video, ein brisantes Video, was gerade bei euch in der Tesla-Szene einen wichtigen Punkt abspielt, nämlich für alle Tesla-Fahrer, die jetzt ein Fahrzeug bekommen, kann ich euch sagen, 90% davon werden keine Ultraschall-Sensoren mehr in ihrem Fahrzeug haben und ich habe euch zwei Fahrzeuge organisiert, einmal ein brandneues Model Y aus Grünheide ohne Ultraschall-Sensoren, komplett cleane Front und mein Fahrzeug. Wir werden die beiden Fahrzeuge vergleichen, wir werden euch zeigen, was ist da wirklich das Problem, wo will Tesla überhaupt hin mit ihren kamerabasierten Zeugs und Leute, ich kann euch eins sagen, ich bin technisch zwar ein Tesla auf der Höhe, aber ich brauche Hilfe und zwar habe ich jetzt einen Menschen hier, der in der Tesla-Szene fast eine Legende ist und zwar der Martin Hund. Martin, ich grüße dich, wie geht's dir? Sehr gut, André, sehr gut. Martin wird mich heute unterstützen in dem Video und zwar gerade diese technischen Fragen, wie sieht es jetzt in der Zukunft aus, kamerabasiert, keine Sensoren mehr an dem Fahrzeug, wie soll das funktionieren? Martin wird uns das erklären, ich bin sehr dankbar, dass du hier bist und das wird ein krankes Video, wir müssen vielleicht auch ein bisschen austeilen, es wird ein bisschen ruppig, aber so ist es nun mal, nach dem Intro geht's los. Leute, bevor wir jetzt hart einsteigen in dieses Thema, möchte ich mich bei der kompletten Mannschaft, die heute hier ist, bedanken und zwar einmal Martin, vielen Dank heute auch für den ganzen Input, den du liefern wirst. Der junge Mann neben mir ist der Besitzer dieses Model Y und wir haben heute Sonntag 9 Uhr, also das verdient schon Daumen und Like, dass wir hier jetzt hier stehen in der Kälte. Vielen Dank, dass du konntest und natürlich das hinter der Kamera, auch nochmal einen dicken Daumen, Kameramann hochzellen, yo! Bevor wir den jetzigen Ist-Zustand der Model Y und Model 3 Reihe abdecken, wollen wir mal kurz über die Zukunft sprechen und zwar ist es so, dass Tesla ab 1. Oktober keine Ultraschassensoren mehr in den Fahrzeugen verbaut, das bedeutet, alle Tesla-Besitzer, die jetzt das Glück haben, dieses oder jetzt Q4 und dann nächstes Jahr ein Fahrzeug abzuholen, die werden keine Sensorik mehr bekommen. Das wundert euch vielleicht, weil Mercedes, eigentlich fast jeder Hersteller basiert auf Sensoren, oder? Tesla ist wieder so disruptiv und sagt, okay, nein, wir schmeißen die raus und das ist auch nicht verwerflich, ich finde das auch alles gut. Was ich nicht gut finde, ist, dass der junge Mann zum Beispiel jetzt sein Fahrzeug bekommt, kriegt eine E-Mail in der Hand, hier, ihr Fahrzeug hat keine Ultraschassensoren, nehmt es oder nicht und die dann alleingelassen werden. Einparkhilfe funktioniert nicht und so weiter, kommen wir gleich im Detail nochmal zu. Fakt ist, wir haben ja ein Fahrzeug, eines der wenigen, die aktuell in Deutschland ausgeliefert werden oder was jetzt ausgeliefert wurde, war und das wollen wir euch alles mal im Detail zeigen. Wir bilden jetzt auch erstmal den Ist-Zustand ab und zwar ist das, wenn du mal hier rüber schwenkst, das ist mein Motto Y, wir sehen hier vorne einen Karton, da oben sind Kameras, das wisst ihr ja. Hier sind die Ultraschassensoren verbaut und Martin, du wirst nämlich bestätigen, die dienen gerade auf kurze Distanz Gegenstände zu erkennen, oder? Genau, die messen aber nur die Entfernung durch Schallwellen, das heißt, sie senden Schallwellen, die man als Mensch nicht hört, weil sie zu niedrig sind in der Frequenz, senden die aus und die werden reflektiert und kommen zurück und das misst dieser Sensor. Wie lang dieses Signal gebraucht hat und darüber kann man genau den Abstand errechnen, auf einen Zentimeter. Okay, auf einen Zentimeter sogar, das heißt, wenn der Karton jetzt hier steht, sagt das System dann zum Beispiel, ah, der Karton ist jetzt zum Beispiel 40 Zentimeter weg, zeig dir das im Display an. Das ist der aktuelle Zustand und ihr müsst euch vorstellen, ich habe es im Video mit Ronny Golisch auf Elektro Ronny ja auch erklärt, können wir gerne mal reingucken, wie das Ganze dann funktioniert und dass wir hier auch einen toten Winkel haben. Das wussten viele gar nicht, das heißt, wenn der Karton zum Beispiel hier steht, eine gewisse Höhe nicht erreicht, wird auch hier nichts erkannt. Das heißt, Totenwinkel haben wir hier auf jeden Fall auch jetzt schon, aber es hilft natürlich, gerade wenn höhere Gegenstände sind, ungemein. Jetzt stellt sich natürlich für viele da draußen die Frage, ja, wenn ich jetzt meinen neuen Tesla abhole und der hat diese Sensorik nicht mehr verbaut, wie erkennt er das denn dann? Und da kommen wir jetzt zu einem wichtigen Punkt, den Tesla jetzt gerade dran ist zu entwickeln, der da noch nicht fertig ist zum jetzigen Zeitpunkt, nämlich das Tesla Vision. Und Martin, du wirst dazu vielleicht was sagen können, Tesla Vision bezieht sich auf Kameras, war? Genau. Rein auf Kameras. Ich kann es mir persönlich nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin, das ist für mich noch nicht vorstellbar gerade, wenn ich jetzt davor laufe und es piept jetzt nichts. Wie, wie, wie kannst du das mal erklären den Zuschauern, wie das passieren soll? Ich meine, wo haben wir denn überhaupt Kameras an dem Fahrzeug? Also das Fahrzeug hat acht verschiedene Kameras und die nehmen die gleichen Positionen ein wie der Fahrer, wenn er guckt. Und zwar gibt es drei Kameras hier oben, die haben den Blick nach vorne und diese drei Kameras, die haben verschiedene spezielle Eigenschaften. Eine davon guckt besonders weit, die zweite so mittlere Entfernung und die dritte ganz kurze Entfernung. Und diese für die kurzen Entfernungen, die kann natürlich Gegenstände sehen, die quasi kurz vor der Schnauze von dem Fahrzeug platziert sind. Dann gibt es noch zwei Kameras hier in den Kotflügeln, links und rechts, diese hier, wo ich jetzt meine Hand habe. Und diese Kamera, die hat den gleichen Blickwinkel wie der Fahrer, wenn er in den Außenspiegel reinguckt. Und dann gibt es noch eine weitere Kamera in der B-Säule und die guckt hier so schräg in die Seiten rein. Diese Kamera hat den gleichen Blickwinkel wie der Fahrer, wenn er an der Kreuzung steht und guckt links und rechts in die Kreuzung rein. Dafür ist diese Kamera und dann gibt es noch eine hinten, die ersetzt den Blick in den Innenrückspiegel. Also quasi das Gleiche, was der Mensch auch tun würde, wenn er Auto fährt, so funktioniert Tesla Vision. Und alle diese Kameras damit errechnen über einen intelligenten Computer ein Bild, was quasi die gesamte Umgebung des Autos in so einem 3D-Bild erfassen kann. Und das ist im Grunde genommen das Grundprinzip von Computer Vision bei Tesla. Es ist genauso, wie wenn der Mensch selbst fahren würde. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, der mich ein bisschen, ich sage mal, nicht böse macht, aber so unstimmig macht. Martin, muss ich echt so sagen, die Kunden kriegen jetzt das Fahrzeug hingestellt. Haben keine Ultraschall-Saison, keine Einparkhöfe. Ihr seht das sogar selbst auf der Website, das blende ich euch gerade mal ein. Da sagt Tesla auch, ihr habt da einen Vergleich zwischen Ultraschall-Saison und Tesla Vision. Und dann seht ihr unten, dass Einparkhöfe demnächst kommt. So, finde ich persönlich auch mal ein bisschen ungeschickt gemacht einfach von Tesla, oder? Was sagst du, Martin? Ja, das ist schon richtig. Also es wäre eigentlich geschickter gewesen, wenn sie erst die Software so nachgebaut hätten, dass sie das quasi kompensiert. Und dann erst die Samsonen weglassen, dann hätten die Fahrer dieser Fahrzeuge eigentlich überhaupt keinen Verlust gehabt. Es wäre dann einfach nur besser geworden. Leider hat man sich entschieden, die Sensoren sofort wegzulassen. Vielleicht geht es um Produktionskosten. Die Teile, die brauche ich dann weniger. Ich habe andere Kabelbäume, weil ich weniger Leitungen habe. Also die sparen pro Fahrzeug dadurch mehrere hundert Euro. Das kann man schon so sagen. Aber es wäre besser gewesen, wenn die Software erst gebaut worden wäre. Genau das Thema. Wir hatten das schon mal. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, bei welchem Thema. Aber da war das auch so, Tesla hat erst was umgestellt. Die Kunden wurden teilweise gar nicht richtig abgeholt. Ich meine, wenn jetzt der Gedanke einfach eine ältere Frau bestellt oder ein älter Mann bestellt jetzt so ein Tesla ganz neues Modell, kriegt jetzt eine E-Mail, denkt sich, oh okay, beachtet das kaum. Und dann hat das Fahrzeug, jetzt will es zu Hause einparken und da piept es nicht. Bam. So einfach kann es dann gehen und es ist einfach ärgerlich. Ich finde, die Kunden müssen besser abgeholt werden. Das muss man einfach mal faktisch sagen. Das rede ich schon seit 2019, Martin, oder? Und ja, das ist einfach der Nachteil. Wir wissen, Tesla Vision wird schon im Autopiloten verwendet. Aber für die Ultraschall-Sensoren ist es noch nicht verfügbar. Was denkst du, wie lange es dauern wird, bis die Kunden jetzt mal endlich eine adäquate Software geliefert bekommen? Ich glaube, das wird gar nicht so lange dauern. Wir haben jetzt schon in der Software-Version 2022.40 erste Anzeichen, dass Tesla daran arbeitet. Der Fahrer sieht davon noch nichts, wenn er die Software drauf hat. Aber wir wissen, dass es schon ein neuronales Netz, so heißen diese Software-Komponenten, die diese Bilder auswerten, die die Kameras aufnehmen, dass es schon ein neuronales Netz gibt, was den Zweck hat, dass die Abstände schon gemessen werden über die Kamerabilder. Aha, okay. Und zwar funktioniert das nach dem Prinzip, wie der Mensch das auch macht. Das heißt, man sieht etwas und wenn man sich bewegt, dann kann man die Abstände einschätzen, weil sich die Unterschiede schnell bewegen. Und nach dem gleichen Prinzip macht das dieses neuronale Netz. Und das erkennt dann die Abstände. Ich persönlich gehe davon aus, dass Tesla das jetzt schon eingebaut hat, um Daten zu sammeln. Und zwar die Fahrzeuge, die jetzt, so wie deins oder seins, beide können ja schon Bilder sammeln. Und die werden dann nachts in ein Paket geschnürt, die werden zu Tesla hochgeschickt, die werden verwendet, um den Computer, der das neuronale Netz trainiert, zu speisen. Und dann kann man nämlich tatsächlich bald damit rechnen, dass die das einbauen. Okay, also wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Sehr gute Info. Es muss Zeit noch kommen einfach, weil ich weiß jetzt, jetzt kommen viele Model 3 Auslieferungen. Die ersten Schiffe kommen jetzt. Die haben teilweise noch Misch-Misch. Das heißt, manche haben Ultraschall-Saison. Das, deiner hat zum Beispiel noch welche. Dein neues Model 3 hat zum Beispiel keine. Und das heißt, wir werden jetzt in naher Zukunft nur noch Fahrzeuge haben ohne Ultraschall-Sensoren. Und da muss die Software her. Die Software muss jetzt her, Leute. So, Leute. Jetzt kommen wir zum Thema, was uns gerade ein bisschen Nervig geraubt hat. Und zwar wollten wir euch demonstrieren, wie in meinem Fahrzeug im Prinzip die Ultraschall-Sensoren funktionieren. Und die Härte ist einfach warm, Martin. Wir haben jetzt die Gegenstände da drüben ausprobiert. Den Ball, den Karton und so weiter. Das hat es nicht erkannt. Es braucht eine gewisse Höhe bei der Ultraschall-Sensoren. Und jetzt seht ihr da einen Stas. Der hat ein Stativ in der Hand und wird das jetzt wieder vorstellen. Und demonstrieren, was die Funktion von Ultraschall-Sensoren ist. Stars, bitte. Das läuft jetzt im Prinzip hier vorne hin im Jungle-Modus. Und wird jetzt das Stativ, die Höhe braucht man leider, da vorne hinstellen. Und dann seht ihr, das ist die Funktion 68 cm. Stars, gehen wir bitte aus dem Bild. Und da seht ihr auch die Person, wie es da jetzt aus dem Bild rausgeht. Und ihr seht, 68 cm ist im Prinzip das Stativ jetzt von uns weg. So, das ist die Funktion, die grobe Funktion von Ultraschall-Sensoren, oder? Ganz genau. Es ist Schrott. Es ist einfach Schrott. Das muss ich jetzt so sagen, war mir nicht bewusst. Wenn eine Fläche zum Beispiel tiefer ist, wie der Karton, oder selbst der Basketball, können die Ultraschall-Sensoren es nicht erkennen. Und wir haben jetzt schon ein Problem. Genau. Muss man faktisch so sagen. Das ist der tote Winkel. Der tote Bereich, wa? Genau. Die Ultraschall-Sensoren, die sind relativ ungenau. Die messen, die können nicht zählen, wie viele Objekte da irgendwo sind, oder wie groß sie sind. Die sehen einfach nur in einem bestimmten Bereich, ist was oder ist nichts. Ja. Eigentlich total stupid. Kann man echt so nicht anders sagen. Jetzt gucken wir aber mal, wie ist es bei dem neuen Brandenburger Modell. So, Leute. Wir sitzen jetzt hier in dem brandneuen Model Y ohne Ultraschall-Sensoren. Wir sehen, wenn wir jetzt die Grafik hier haben, im Prinzip mein Auto da drüben stehen. Das Stars steht da drüben. Er kennt der Ultra gut. Wollen wir sagen, obwohl er hinter dem Pfeiler ist. Und Stars kommt jetzt mal her. Und wir schauen uns das Ganze mal an. Achtet auf den Display. Dings ist oben. Das Stativ ist oben. Und er kommt jetzt herangelaufen. Sieht man auch sehr schön. Und jetzt stellt er es dort ab. Und es passiert theoretisch nicht. Stars geht weg aus dem Bild. Zack. Und wir haben kein Piepsen, obwohl es die gleiche Distanz ist. Ihr seht es hier vorne. Das bedeutet, das ist der Nachteil, den wir aktuell haben. Ganz genau. Solange, wie das Software-Update nicht kommt war. Ganz genau. Wenn das Software-Update da ist, dann wird jetzt im Prinzip dieses Objekt gesehen von den Kameras hier oben hinter dem Rückspiegel. Und diese Kameras werden dann quasi die Abstandsmessung genauso gut oder sogar noch besser machen, wie die Ultraschallsensoren bei den älteren Fahrzeugen. Das spricht einen guten Punkt an, Martin. Denn wie sieht es eigentlich aus in Zukunft, in ein paar Monaten, wenn wir Tesla Vision wirklich haben? Wie ist der Ausweg? Kannst du den uns gleich mal geben? Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal raus. Ich habe noch eine Kleinigkeit für dich. Genau. Und da schauen wir uns jetzt mal nämlich die Zukunft an von Tesla Vision. Ein paar Sekunden später. Vor wir jetzt wirklich reingehen in die Zukunft von Tesla Vision, was Martin gleich euch erklären wird, muss ich was loswerden. Und zwar, Martin ist jemand, der mich von Anfang an diesen Kanal begleitet hat. Da waren die meisten von euch noch nicht mal. Die kannten mich noch nicht mal unter dem Kanal. Und Martin, das war 2019, da habe ich den Kanal entwickelt. Da hieß der noch Team 3 Black Series. Da warst du beim ersten E-Klappschuh-Treff schon dabei und hast mich Support und so. In Ashbourne. Und das ist einfach bemerkenswert. Deswegen habe ich dir ein kleines Mitbringsel mitgebracht. Wir haben bald Weihnachten. Und habt ihr eine schöne Tasse mit eingepackt. Und zwar, unserem Herrscher ist da drauf. Wenn ich die mal kurz hier zeige, Martin. Es ist einfach toll. Hast du verdient. Und ohne Mist. Es gibt nicht viele Menschen, die mich von Anfang an gleich supporten. Manche sind vielleicht auch Absprung, weil Martin ist immer dabei geblieben. Und das liebe ich echt ohne Mist. Und ja, vielen Dank dafür. Vielen Dank dir. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir springen jetzt mal tief rein in den Stoff. Und sagen, wie ist der Ausblick jetzt wirklich ohne Ultraschall-Saison. Und der ist, muss man fairerweise sagen, nicht schlecht, wenn die Software kommt. Tesla Vision. Die neue Ära bei Tesla. Wir haben jetzt die Fahrzeuge mal so hingestellt, wie ihr im Prinzip auch auf der Autobahn verwirrtet. Warum? Das wird euch Martin jetzt mal erklären, welchen Vorteil doch Tesla Vision hat, wenn die Software da ist. Genau. Wenn die Einparkhilfe nicht mehr mit Radarsensoren gemacht wird, sondern mit Kameras, dann ist das, klingt das erst mal ganz komisch und überhaupt nicht nachvollziehbar. Aber in der Wirklichkeit wird dieses System am Ende besser sein als der Ultraschall-Sensor, den wir heute haben. Wir haben ja vorhin gesehen, selbst diesen Karton mit dem Ball konnte der Ultraschall-Sensor gar nicht erkennen, weil der eine gewisse Höhe braucht. Und die kamerabasierte Technologie, die braucht eigentlich gar nichts. Die kann alles erkennen, was vor dem Auto ist und kann über die Geschwindigkeitsunterschiede der Fahrzeuge auch erkennen, wie groß der Abstand ist. Und darüber wird der Abstand genauso präzise gemessen wie mit dem Ultraschall-Sensor vorher. Und was noch viel wichtiger ist, wir haben ja vorhin gesehen, das Auto hat viel mehr Kameras. Das heißt, ich kann zum Beispiel auch an der Seite von dem Fahrzeug erkennen, ob da ein Objekt ist, wo bis jetzt überhaupt keine Ultraschall-Sensoren waren. Das heißt, ich habe einen viel größeren Umbblick um das Auto herum. Und es kommt aber eine Frage, die sich ganz viele Leute stellen. Wie kann denn diese Kamera hier hingucken? Das kann die doch gar nicht. Wie kann denn die Kamera sehen, dass da was ist? Und dafür wird Tesla sich was ganz Besonderes einfallen lassen. Und zwar, das Auto hat sich ja mal irgendwann dahin bewegt. Und es gab ja einen Zeitpunkt, als es noch weiter hinten war, wo die Kamera auch diese Stelle hätte erfassen können. Das heißt, wenn jetzt hier zum Beispiel eine Begrenzung wäre, so ein Straßenpoller oder sowas, den könnte die Kamera jetzt nicht mehr sehen. Aber als das Fahrzeug an die Stelle herangefahren ist, da wäre er sichtbar gewesen oder er war sichtbar. Und das Fahrzeug, das merkt sich das einfach. Und zwar nicht nur den Abstand, sondern wirklich das Bild. Und dadurch kann das Fahrzeug auch quasi an Stellen hingucken, die in dem Moment jetzt gar nicht sichtbar ist. Das machen heute schon einige Fahrzeuge so, die so eine 360-Grad-Kamera haben. Wo das Kamerabild zusammengerechnet wird. Und Tesla wird das noch sehr viel besser machen können durch diese drei Kameras. Und dadurch ist sichergestellt, dass auch Objekte von der Kamera erfasst werden, die jetzt gar nicht mehr da sind oder sichtbar sind. Also Leute, Martin hat es euch erklärt. Ein kurzes Fazit jetzt nochmal zum Abschluss. Der aktuelle Standpunkt von Tesla oder auch dem Kunden gegenüber ist scheiße. Wollen wir nichts schön reden oder sonst was. Wir wissen aber, dass in Zukunft, wenn Tesla Vision kommt, es richtig eskalieren wird. Und ich glaube, da werden wir ein Next Level erleben. Tesla ist manchmal so, dass die ihre Zeit brauchen. Aber wenn es kommt, rasiert es einfach. Das kann man nicht anders sagen. Martin, vielen Dank, Martin, dass du dabei warst und den Einblick den Zuschauern gegeben hast. Danke, dass ich dabei sein durfte. Gerne. Ich denke, wenn ihr Bock habt, soll ich öfters mit Martin mal drehen? Sagt Bescheid. Wirklich sehr freuen. Und in diesem Sinne einen schönen Abend euch. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Ciao. 20 Minuten später. Ja, Andreas, das nächste Video machen wir dann aber, wenn die Software dann da ist, oder? Stimmt. Das ist eine sehr gute Idee. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Das hätten wir jetzt eigentlich noch sagen können. Software? Stimmt. Wenn der Software-Update kommt, dass im Prinzip Tesla Vision dann auch vorne funktioniert. Sehr guter Punkt. Dann sagst du mir einfach Bescheid. Oder wir sehen es ja dann, wenn es kommt. Und dann quatschen wir einfach nochmal. Absolut. Gute Idee, Martin. Sehr gut. Gute Idee, Martin.